Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu The Last of Zelda Echoes of Wisdom. Wir sind jetzt rehabilitiert, haben ein tolles neues Outfit bekommen, weil wir Schloss Hyrule vor dem Riss bewahrt haben. Und müssen jetzt leider aber mit dem Ergebnis arbeiten, dass hier drei neue Risse aufgetaucht sind. Hier, hier und hier. Ich wollte ursprünglich hier zu dem nach oben, weil ich dachte, das wäre die einzige Markierung. Bin dann aber eh von einem Zwischenebenquest aufgehalten worden. Ist die Frage, wollen wir immer noch da hoch? Oder gehen wir erstmal westwärts oder südöstlich? Ich würde trotzdem nach da oben gehen. Wir müssen nur dann hier einmal drumherum laufen. Ich weiß nicht, ob wir hier durchkommen. Können wir mal gucken. Dann, auf, auf, ihr Leute. Nachdem wir uns schon so schön goldene Eier verdient haben. Hier ist auf jeden Fall zu. Na also. Hier haben wir noch Sohls. Ich brauche noch ein Wassersohl. Wieso haben sie denn hier die Tosch geschlossen? Das ist doch blöde. Guten Tag. Kannst du mir das Tor aufmachen? Ja. Runde Eichelsucherei. Äh, nee. Ich will das Tor aufmachen. Kann ich es aufsprengen? Probieren wir einfach. Was soll schon schief gehen? Okay. Hat nicht funktioniert. Schade. Was ist denn hier für Ruine? Oh, nice. Neh mal mit. Da fällt mir ein, wir hätten nochmal zur Schmiede gehen können, ne? So, okay. Da können wir auch irgendwie nach unten. So, geht natürlich auch. Ach so. Okay, wäre auch Ruhe-Sprengung gegangen. Gut zu wissen. Ich habe mich noch mal so zu machen. Zah. Ich habe das auch eine Schuld. Oh, ein goldenes Ei. Was soll ich denn mit den ganzen goldenen Eiern hier? Sonst geht's nicht so. Das war's. Weiß ich nicht mal, wofür ich... Also ich kann die verkochen, aber scheinen ja etwas ganz Tolles zu sein, die Dinger. Hm. Tja, nicht? Dafür der Aufwand? Joa. So, kann ich mich da hinten noch irgendwie wegtreiben lassen? Theoretisch, hm? Weiß ich nicht. Probieren wir jetzt nicht aus. Ich habe ein Ziel und das will ich heute noch erreichen. Falsche Richtung. Nordkirche. Nordkirche. Ein Fett. Südwestlich. Hier? Hm. Hm. Da bin ich auch fast gewillt, erst mal da vorbeizuschauen. Aber nee. Jetzt haben wir uns den von oben vorgenommen. Was denn hier? Erst mal randalieren. Okay, ich glaube, das bringt uns nichts. Nein. Also wir hätten hier wahrscheinlich den Schinken klonen können. Ja, das ist relativ. Ja, nicht relativ. Das haben wir schon erledigt. So. Aber gibt es bei Schloss Hyrule keinen Weg, Freund? Oder habe ich den wieder komplett übersehen? Ich wette, ich habe ihn wieder komplett übersehen. Gut, gut, gut. Kleine Pekra. Dieser Aufziehsschlüssel ist das allerwichtigste Werkzeug in meinem Metier. Also sei gut und gib ihn zurück, ja? Hörst du? Es soll dein Schaden nicht sein. Ich werde dir auch bestimmt nicht den Hals umdrehen. Versprochen. Bockiges Federvieh, Willst du mich wohl einfach ignorieren? Mich, Boris, den bombastischen Bastler. Leuchtende Bolide am Viermoment des julianischen Erfinder-Bohem. Boah, bin ich Luft für dich oder was? Gib mir das Ding endlich zurück, sonst fände ich ungemütlich. Ha, ich stecke hier echt in der Klemme. Ob der da oben hochkommt, wahrscheinlich nicht. Ja, okay. Also. Danke, dass du diese bockige Pekra in die Pfanne gehauen hast. Endlich habe ich meinen geliebten Aufziehsschlüssel zurück. Ach, ich soll dir wohl noch verklickern, wen du vor dir hast. Gestatten Boris, bombastischer Bastler und größtes Erfinder-Genie von ganz Hyrule. Seit Jahrzehnten baue ich jetzt meine Automaten. Ganz unborniert kann ich behaupten, dass ich einen Meister meines Fachs geworden bin. Allerdings bin ich auch der Einzige in Hyrule, der dieser Beruf wieder hat. Und ich bin auch der Einzige in die Pfanne, der hier in die Pfanne nachgeht. Ha, 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 ha. Doch genug von mir. Du scheinst sehr geschickt zu sein. Sag bloß, bist du eine Monsterjägerin oder sowas? Vielleicht ist sie die Richtige, um das volle Potenzial meiner Schöpfung zu nutzen. Hör zu, wir machen es so. Oh. Du suchst meine Bleibe auf und da kriegst du dann eine Belohnung für deinen Beistand. Ich wurde etwas abgelegen, also lass mich dem Ort besser auf deiner Karte machen. Meine Bude ist so bombastisch, der erkennst du garantiert, wenn du erstmal in der Gegend bist. So, dann staffe ich mal heimwärts. Man sieht sich. Wow. Oh, 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 oh. Ei, ei, ei. Wer hier? Nur abgelenkt. Ach Gott, da hinten? Aber, aber, oh, Mann, oh. Boris hat gewonnen. Wir haben ja einen Wegfreund hier. Oh, wenn wir überhaupt lang kommen. Ach, guck mal. Da können wir in den Riss rein. Oh Gott, hier will wir alle sein, Karl. So, ich muss nicht alles bekämpfen, was ich eh schon im Repertoire habe. Ach du Schande. Was ist denn hier los? Oh Gott, hier ist das Ding. Oh Gott. 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 So. Schwertmoblin. Ich kann ja viel mehr von den Erschaften von den Fliegen inzwischen. Stimmt ja, da war er ja. Ja, da war er. Ja, da war er. Aha. Monsterhauer erhalten. Spitzer Fangzah, den man von Monstern erbeuten kann. In dieser Form ungenießbar. Wollte aber eigentlich das hier. Schwertmoblin, Level 2. Aggressives Monster, das in ganz heimem Vorkommen schützt sich mit einem Schild. Aber wenn man seine Attacke blockt... Oh, nice. Jawoll, ja. Ein Monster-Stein. So, wie komme ich jetzt da rüber? Mist, Mist, Mist. Schnell, bevor es verschwindet. Ein Monsterherz. Wertvolles Material, das man von Monster beutern kann. In dieser Form ungenießbar. Okay. Nice. Gleich mal ein paar Monster mit eingesackt. Ist doch gut. Aber auch gut Aua gekriegt hier. Mann, wo ist mein Bett? Mein Prinzessin im Bett. Wo ist mein... da. Jay? Jupps. Ja. Ha. Weiter. Ach du Schande. Ach, du Schande. Was sagte ich denn dazu, dass ich mit jedes Monster bekämpfen muss, was ich schon in der Sammlung habe? Der ist ja super für diese Rollviecher. So. Enttäusche mich nicht, Boris. So. Ich mach mal einfach dein Haft und Blut kaputt. So. Oho. Oho, da bist du ja. Ich hatte mich schon gefragt, wann du dich blicken lässt. Willkommen in meinem Geheimlabor. Dann hau ich doch erst mal die ausgemachte Belohnung raus, bevor ich dich mit anderen Sachen vollklappe. Aber bitte schön. Echt jetzt? Kürbisse? Und nun zu mir. Hier widme ich mich von früh bis spät der Konstruktion meiner Automaten. Hm? Du machst ja ein Gesicht, als hätte ich nur Kauderwelsch gesprochen. Neh mal an. Du kannst dir darunter nichts vorstellen. Was? Dann hoffe ich, du hast Zeit für einen kleinen Vortrag. Was sind Automaten? Kleine Kunstwerke, Nachbildungen verschiedener Dinge und Monster aus aller Welt. Und diesen Konstrukten hauche ich dann Leben ein. Man kann diese bombastischen Schöpfungen sogar im Kampf gegen Monster einsetzen. Dazu brauchst du allerdings eine ordentliche Portion Geschicks, sonst werden sie zu einer tödlichen Gefahr für den Benutzer. Für dich soll das jedoch kein Problem sein. Dann mal in die Hände gespuckt. Ich kann es kaum erwarten, ein paar Automaten für dich zu bauen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis stecke ich leider in eine Erschaffenskrise. Mit einem Bummel durch die Botanik wollte ich meine kreativen Energien wecken. Und da fällt mich ja auch noch wie aus dem Licht diese Pekka an. Den habe ich zuhauf, aber sie sind alle eher vage. Zum Beispiel einen Automaten, der krawumm in den Himmel hochfliegt oder so. Ich bräuchte konkretes Anschauungsmaterial, um tatsächlich neue Automaten zu konstruieren. Ich such dir was. Wirklich? Da werde ich garantiert mich ablehnen. Als Grundlogger für meinen nächsten Automaten bräuchte ich mal überlegen. Eins von diesen wild herumhüpfenden Viechern mit den großen Augen. Doch damit ist es noch nicht getan. Für meinen nächsten Automaten brauche ich ein Vorbild, das sich im Flugraketenartig vorwärtskatapultiert. Wenn ich ein Viech studieren könnte, das Feuer aus seinem Hinterteil ausstößt und sich so vorwärtskatapultiert, wäre das hilfreich. Wenn du irgendwas auftreibst, das zu meiner Beschreibung passt, dann stellst du doch bitte auf die olle Plattform da. Ich brauche nur eine Vorlage, die meine genauen grauen Zellen in Schwung bringt. Und dann kloppe ich dir einen bombernstarken Automaten zusammen. Viel Erfolg bei der Suche. Äh, ja. Also springgroße Augen habe ich irgendwo. Und hier Mutula waren, glaube ich, die, die Feuer aus dem Popo schießen. Boah, das ist ja ein Ding. Da hat selbst der Fachmann noch was zu lernen. Ja, ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Du hast das perfekte Anschauungsmaterial gefunden. Aber wirst du für den Produkt filmen noch einen Dei-Fa-Schnitt? Nicht mehr viel, dann wirst du einen bombastischen Automaten deinen eigenen nennen. Nur weiter so. Ich hoffe, er meint die Motte. Sonst weiß ich nämlich auch nicht. Oh, das ist ja ein Ding. Da hat selbst der Fachmann auch noch was zu lernen. Ja, ja, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Du hast das perfekte Anschauungsmaterial gefunden. Oh! Ja, da kommt sie, die Huse. Und sie gibt mir einen dicken Schwatzer. Boah! Das Auge übernehme ich eins zu eins. Da fehlt nur noch ein schickes Metallchassis. Und dann muss natürlich noch ein problemes Triebwerk eingebaut werden. Und dann! Oh, mein Automat lebt! Und nicht nur das, er ist bombastisch. Ich taufe ihn Arachnokete und übergebe ihn in deine treuen Hände. Du hast dir Arachnokete erhalten. Du wirst sehen, er springt mit einem gewaltigen Satz fast bis in den Öl drauf. Und zwar so explosionzartig, dass alle Monster in der Umgebung einfach weggeblasen werden. Mit diesem Automaten hast du auf deinen Reisen einen treuen Freund und Wegbegleiter dabei. Ach ja, das hier kriegst du auch noch. Du hast den Aufziehschlüssel erhalten. Ohne Schlüssel ist selbst der schönste Automat nur ein lebloser Haufen Metall. Er ist unersetzlich, also hüte ihn wie dein eigenes Leben. Einzelstücke, die der Erfinder Boris konstruiert. Wenn sie kaputt gehen, kannst du sie bei ihm präparieren lassen. Halte gedrückt und wähle eher den gewitschten Automaten, drücke dann Y, um ihn vor dir erscheinen zu lassen. Und halte Y, um gedrückt, um ihn aufzuziehen. Sobald du den Knopf loslässt, wird der Automat aktiv. Bäh! 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 Okay. Boris und seine Automaten. Bäh! Ja. Ah, okay. Was das Geschosse spuckt, okay. Ein fröhlich aufsteigendes Feuerwerk. Aha. Also was Geschosse schießt, habe ich ja sogar verschiedene. Ich würde jetzt mal das hier nehmen. Hup! Okay. Okay. Aber wir können jetzt hier wieder hoch. Ei, 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 ei. Ja gut, aber der Umweg hat sich gelohnt. Aber ich frage mich wirklich, ob hier nirgends ein Wegfreund in der Nähe ist. Das gibt es ja gar nicht. Hm. Die heilige Granell-Spitze. Ja. Genau. Okay. 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 Doch. Hm. Das sollten wir nicht hin. Hilfe! Das kriegen wir doch wohl hin. Oh. 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 Easy peasy. Hebra Bergfahrt. Hm. Okay. Oh. Ups. Schau. Ich bin da. Danke schön. Wo ist mein Speen? Ach, da. Oh. 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 Hm. Hm. Oh. Hm. äh, da komm ich ja nur zurück würdet ihr euch mal um die Fledermaus kümmern? aua ich hab den Graf gesagt nee, das bringt nix, den jetzt zu beschwören ja, genau das hm kann ich da einfach mit dem Schwert gegenhauen? nein, das bringt nix kann ich nicht ziehen ok das hilft uns aber auch nicht viel da nee, da durchkomm ich auch nicht aber die Explosion reicht nicht weit genug, ne? na aber da geht's nur wieder zurück hm also ich kann vielleicht den Automaten Romaten ok, das reicht mir doch schon Wann hörst du denn auf? Kann ich dich wieder eingobbeln? Okay. Kannst du dich bitte hierhin bewegen und ich versuche... Nee. Ah, so kann ich die wieder einstecken. Okay, das hat mir nämlich keiner. So. Gut, dass wir die noch... Dass wir die noch eingesammelt haben. Sonst hätte ich jetzt keine Alternative gewusst. Ehrlich gesagt. So, und wie kommen wir jetzt hier weiter hoch? Spinne? Vorsicht durch mich. Achso, wir müssen wahrscheinlich hier kaputt machen. Und jetzt kann das Ding nicht weiter hochfahren. Haha. So nämlich. Und jetzt kann das Ding nicht. Ei, 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 ei. Mist. Na also. Au. Oh. Mist. Au. Au. Wenn der große Felsblock da vielleicht runterkommt, ist das vielleicht auch nicht so gut. Okay, was ist das? Würdet ihr das Ding vielleicht mal angreifen? Natürlich würde ich es nicht. Danke. Was haben wir denn da? Eine Killer-Ananas. Pflanzenmonster, das sich drehen mit seinen dornigen Wurzeln auf dich stürzt. Feuer bekommt ihr jedoch schlecht. Ich muss jetzt weiter nach oben, glaube ich. Wie immer die Fels drin. Wie immer die Fels sind. Wie ist die Fels? Dann können wir es nicht so richtig sagen. Ich bin jetzt hier schon ganz schön. also kommen wir wollen noch fertig werden obwohl ich glaube nicht dass das so gedacht ist er so ja und jetzt kann ich hier hochfahren wenigstens hier durchkommen will ich noch heute sein lassen können aber gut wie die flähe muss es noch da wenn ich wieder hochkommen was habe ich denn gesagt haltet ihr gerade den laden unfassbar aber die fledermaus ist weg gute arbeit jungs gute arbeit auch wenn ihr mir sonst im weg standet so jetzt haben wir nichts gegen die kälte war oje oje der hebra berg die risse scheint weiter oben in den bergen ihren ursprung zu haben lassen es den aufstieg wagen zelda so ist das jetzt wie in breath of the white dass ich hier erfriere oder ist das alles halb so wild sie scheint nicht zu frieren dann ist ja alles gut so selda ist härter nehmen als link so meine lieben aber ich würde sagen jetzt ist wirklich mehr als genug beim nächsten mal nehmen wir dann ach guck mal sie friert doch die hebra berge in angriff aber sie verliert keine herzen das mehr will ich ja gar nicht ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder bei und wir sehen uns tschau tschau bis dann so 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 so